Hallihallo-Hallöchen, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to the Eye und natürlich wieder mit einem Status der liebe Crazy. Ich bin hier, auch wenn ihr mich nicht seht, zumindest deinem Onkel. Ich bin auch in der Wallerei und ich mag jetzt mal da weiter. Also ich habe jetzt ja die ganze Zeit hier, wir haben jetzt gerade sinnlos, was heißt sinnlos? Ich habe nicht draufgekloppt. Also ich zumindest. Ich habe auf Felsen gekauen. Gekauen? Ja, und ich bin die ganze Zeit hier einfach nur am nach unten gucken und such schon die ganze Zeit Nester. Ja, Nester, da musst du wirklich Glück haben, dass du mal eins findest. Aber dann sind auch meistens ein paar Federn drin, nicht nur eine. Ich habe da keinen Zombie gehört, warte mal. Das war ich. Glaub ich irgendwie auch. Nein, das war ich nicht. Oh Mann. Weiß ja nicht, was mir das bringt auf Steinhauen. Vielleicht bringt es mir ja was. Ich weiß ja nicht. Steine, die kann man ja für jeden Scheiß benutzen und Eisen. Steine, ja, die werden schnell alle. Ja, ich habe bald so einen ganzen Riesenfelsen gleich weg. Von daher, Nester, 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 Nester. Ja, heute ist der letzte Tag. Heute Nacht kommt die Zombie-Horde. Und ja. Und da möchte ich so ein paar Pfeile haben. Und deswegen bin ich ja... Das wird nicht einfach, sagen wir es mal so. Nee, definitiv nicht. Und gerade, was mich aber echt wirklich nervt, ist, dass es die Server-Einstellung andauernd durcheinander haut. Das geht mir echt total auf den Sack. Das ist blöd. Vor allem, dass die Zombies halt rennen. Das ist noch beschissener. Die rennen ja nur nachts, also tagsüber. Aber trotzdem ist es irgendwie... Ja, aber trotzdem ist es... Habe ich nicht so eingestellt. Eben. Und wir haben auch den Tag-Nacht-Zyklus nicht so kurz gehalten. Wir haben den ja, nenne ich auf Maximum, aber fast. Richtig, also es ist ja komplett alles verstellt, warum es das Spiel macht. Weil es verbuggt ist. Das war jetzt nur Funpims. Ja, weil es verbuggt ist, deswegen. Mist. Aber ich frage mich, ehrlich, langsam, wann denn mal hier mal was gepitcht wird. Ja. Das ist eine gute Frage. Die ich dir nicht beantworten kann. Weil dieses Spiel ist nun mal patchbereit. Also es hat so viel zum Ausbessern noch. Alles, wenn man es so sieht. Ja, aber was auch nicht direkt jetzt mit der PC-Version zu tun hat, meine ich jetzt. Also nicht, dass man jetzt sagt, naja, auf der PC-Version kommt der Akkabert. Ja, Steuerung zum Beispiel. Nee, es gibt Sachen, die jetzt gerade hier auf... Maus und Tastatur-Support zum Bleistift. Ja, das wäre zum Beispiel cool, aber das ist ja nicht schlimm. Ich rede eigentlich mehr oder weniger, äh, äh... Die Lecks. Die Lecks zum Beispiel mal raushauen, oder... Oder die Nebel ein bisschen weiter, weil das ist schon ein bisschen nervig. Und alles so Sachen, die auf der, auf der Blaze halt scheiße sind. Guck mal, die können mir jetzt nicht erzählen, dass es an der Konsole liegt, dass wir hier so viel Nebel haben. Hallo, guck dir mal die Grafik an bei dem Spiel. Also, das kann mir jetzt keiner erzählen. Dass sie das wegen der Konsole gemacht haben. Das... Ne. Das würde so, wie es so ist, selbst auf der PS3 laufen. Würde ich jetzt mal so ganz frech behaupten. Da hier oben ist ein Zombie-Horde, da geh ich nicht hin. Im Gegenteil, ich schau's überhaupt. Weil... Da gibt's Spiele, die, äh, besser aussehen. Mein Spiel ist abgekackt. Was? Ne, Snooby hat sich bei mir eingeloggt. Boah. Was ist denn ernst? Ja, da hättest du aber auch mal überlegen können. Wieso, ich? Na. Mein Snooby. Warum? Ne, der hat sich doch eingeloggt. Muss mich nochmal einladen. Das kann, kann mir nicht passieren. Muss ich sagen. Weil ich nicht der erste Account bin. Weil mein Account nicht der... Also, weil ich selber nicht mein erster Account bin. Warum auch? Muss mich trotzdem einladen. Hab ich gerade. So. Wenn ihr jetzt nicht wisst, von was wir reden, äh, Playstation kann man ja, äh, seinen Account teilen. Ne, wieso er automatisch Login hat, das ist mir sowieso ne Rätsel. Jetzt, wo ich das gerade gemerkt habe. Weil... Ne, ist ja nicht sein Hauptaccount. Ist auch nicht meiner. Mein Hauptaccount ist nicht mein Hauptaccount. Ja doch, meiner schon. Weil jetzt, wenn jetzt zum Beispiel... Ich hab ja einen Teil ja meinen mit Rewano, zum Beispiel. Und wenn Rewano, äh, sich einloggt, wird es mir hier nichts passieren, weil ich den als... Warum sollte ich das machen? Das würde mich doch beim Let's Plane stören. Ha, ha, ha. Was? War das jetzt ne Anspielung? Ja, du wißt doch, dass er, dass er, da, ach man, das kann ich jetzt nix mal sagen dazu. Ja, aber der braucht sich doch nicht in meinen Account einzuloggen. Darum geht's doch. Der kann's auch sein eigener nehmen. Siehst du? Ach so, ja, stimmt. Stimmt. Der hat sich in meinen Account eingeloggt. Deshalb finde ich das ein bisschen... Ja. Ich hab hier grad einen Bug. Ich hab auf den Felsen drauf und es geht nicht runter. Ach, jetzt geht's runter. Ah ja. Ich bin da wieder reingekommen, wo ich zuletzt aufgehört hab. Also genau da vom Felsen mit der Axt in der Hand. So. Puh, du hast doch schon kräftig verkleinert den Felsen. Da ist nicht mehr viel da. Da kommen auch Eisen raus. Also ich habe jetzt 112 Eisen. Letztes Mal hatte ich 68, glaube ich, was es waren. Und was ich noch sagen muss, alles, was wir hier schon durchsucht haben, das ist hier... Oh, geil, was hab ich denn jetzt gefunden? Weiß ich nicht. Federn? Nee, allerdings. Ne, 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 ne. Nachtsichtbrille. Okay. Ähm. Ist alles neu. Also hier ist alles, das, was wir... Zum Beispiel der Baumstamm, den habe ich definitiv schon durchsucht. Der Baumstümpf. Und da ist, ähm... Ne. Wieder was drinne. Ja. So cool. Ja. Wie geht's denn? Achso, die habe ich ja gebuddelt. Stimmt, ja. Ich hab überlegt, hä? Oh, ich ziehe hier ein Loch rein. Ich sag noch einen letzten... Kannst du dich noch halten, dass ich in der letzten Aufnahme so schön zu dir gesagt habe, fall ja nicht rein? Hm. Bist du selber reingefallen? Naja, nicht reingefallen, aber... Was? Wir sind doch schon, äh, nah dran. So, was haben wir denn hier? Wir werden jetzt mal hier ein paar Pfeile basteln. Ich bin der Steinmetz. Weiß nicht, für was braucht ihr denn Eisen? Ich weiß es echt nicht mehr. Zum Verstärken? Für irgendwas haben wir Eisen gebraucht. Zum Verstärken? Für was? Wie, Verstärken? Was Verstärken? Wow. So, ich will dir nur sagen, die Spikes gehen nicht zu verstärken. Ey, gab die jetzt mal verstärkt. Ich hab's gerade versucht. Geht nicht. Zum Verstärken von Mauern oder Türen oder sonst was. Kannst du das Metall gut benutzen? Ja, schön. Und später dann halt auch in der Schmiede, aber die müssen wir uns erst bauen, aber... Da fehlen noch so viel Materialien, da müssen wir erstmal wieder zur Stadt gehen und... Na, weißt schon. Ja, ja. Wir haben jetzt schon... Jetzt ist es 8 Uhr. Moins. An Tag 7. Richtig. Wir haben bald die Arschkarte. Richtig. Du klopfst auf den Stein rum, anstatt mal ein bisschen zu verstärken hier. Ja, ich mach den Stein weg. Was bringt der Stein dir? Weiß nicht. Das werd ich noch rausfinden. Er ist ja Eisen. Ich hab immer für irgendwas Stein und Eisen gebraucht. Ich weiß aber nicht für was. Ne, für Dings. Für die Spitzhacken und Schaufeln und den ganzen Kack. Ne, für Spitzhacken nicht. Da brauchst du noch irgendwas anderes dazu. Aber hier den ganzen... Ganze Zeug halt. Waffenkram. Waffe kaputt. Klasse. Schade doch noch mehr. Holzknüppel, Holzrahmen. Holzrahmen. Verband. Lagerfeuer. Aber schade echt. Aber welches Spiel zum Beispiel unterstützt den Maus und Tastatur? Das möchte ich mal gerne wissen, weil... Ich hab heute Maus und Tastatur angeschlossen. Bin ins Spiel reingegangen und... Da muss ich dann noch irgendwas beachten oder... Ich hab's einfach angeschlossen, das hat's erkannt und... Ja, du kannst es noch im Plästichmenü einstellen. Ja, aber auch bloß deutsche Tastatur und... Naja, das hab ich auch schon gemacht. Hm. Finde ich schon schade. Weil ich hab's auch auf PC und auf PC lässt sich's... Wirklich viel, viel besser spielen. Aber ist ja klar. Ja, gut. Das ist ja irgendwie logisch. Irgendwie jetzt nicht unbedingt da war. Ich hab noch eine zweite gefunden. Nicht schön. Eine zweite Nachtsichtlampe. Nicht. Eine Schlampe. Die kannst du eigentlich nehmen für dann... Kann ich die eigentlich... Wie bei der Sievers in den Rucksack legen, wisst du das? Nee, nee, nee. Ich mach mal... Ich muss das eine Ding hier wegmachen. Das ist ja kacke. Weil du da... Jedes Mal hängen bleibst, ne? Ja, ja. Dann würde ich nämlich lieber sagen, wir tun hier die zwei Dachen. Also du brauchst immer... Du läufst hier auch weiter rein. Guck. Hier, zack. Wieder reingelaufen. Also die müssen... Die mindesten müssen weg. Weil da würde ich sogar sagen, dass wir diese kleine Mauer um die Tür rum... Ja, hier. ...mit Metall verstärken. Jetzt mach's weg. Ja, warte. Ich mach's weg. Mach du mal. Also die, die, die zwei halt, ne? Das und das an der Tür auch wahrscheinlich, ne? Und das hier drü... Ah, das hast du schon weg. Hier? Jetzt würde ich nämlich sagen, dass wir das hier... Weil da eben nix ist an Spikes. Du musst richtig krass verstärken hier außen rum. Ach, sind das. Was? Wie sind das? Mit der Axt und der linke Maustelle? L, 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 L2. L, 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 L. Ich brauch wieder hier, äh, Grashalm. So ist ja wohl mal ein Metalltür gemacht. So, was sagst du? Axt. Steinaxt, ne? Ja, ist verstärkt, so. Guck, jetzt könnte David die Spikes so lange dran rumknabbern an der Tür. Ich hab auch die Tür schon verstärkt als Metall. Das ganze Haus im Prinzip aus Metall machen. Also ich lauf gerade. Da kommen nur Stein raus. Ach doch, da kommt am Schluss mal zwei Eisen raus. Krass. Ja, ja. Ja, aber bei, 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 bei Dings, bei den Kleinsteinen, da kommt nach jedem Schlag Eisen raus. Ja, aber nur eins. Ja, aber nach jedem Schlag. Ja,ja, ja. Das ist alles wie schon passiert. Es ist alles, alles egal. Wir machen was,隨 yogof. Ja. Alles egal, alles Bums. Ja. Ja. Ja, Stein auf Stein. Werner Stein, der arme Stein. Stoney, go down here. Sie war Streit. Stein, zu Müllung, wie leid. Und kaboom. So, Moment, ich wollte noch was machen, fällt mir gerade ein. Mir fällt dir gerade ein, ich wollte noch was tun. Warte mal, ich leg das hier hin. Warte, ich leg das hier auf Stein, das siehst du schön. Hä? Warte, Moment, 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 Moment. Äh, ich steh auf dem Stein. Man nennt ihn auch Steini. Bitteschön, ich hab dir über den Sack hingelegt. Was soll ich auf den Stein rumlaufen? Was? Wo? Da, an meinem Stein. Stein. Mein Gott, Stein, den du gerade abhackst. Dreh dich doch mal rum. Hä? Auf den Stein? Na, vor deiner Nase liegt's doch. Ach hier, ach so. Boah. Du sagst auf dem Stein. Ja, lag's gerade noch so runtergerutscht. Das ist mir jetzt gegeben. Eine Nachtsichtbrille. Ach, ist das cool. Kann man dann wenigstens die Zombie-Meute... Kann ich die benutzen? Sieht aus wie ein Sack. Kann man wenigstens die Zombie-Meute... Wenn ich das in die Hand nehme, ist es wie ein Sack. Ja, du müsstest die ja aufsetzen, in dem Charakter-Menü. Ach so. Dachte, die kann man so benutzen wie... Keine Ahnung, wie ein First Aid-Kid. Aber könnten sie ja wenigstens mal kurz testen, ne? Ist ja eigentlich... Da hat gerade einer was gefällt. Ja, wer könnte das wohl sein? Der Onkel hat einen Baum gefällt. So, guck, wenn ich das jetzt hier aufsetze. Mit welcher Taste mache ich denn das an? Mit welcher Taste mache ich denn... Mit welcher Taste mache ich denn... Ah. Ist genauso aus wie vorher. Ach nee, du hast... Ist ja auch cool. Ja, du lachst, aber es funktioniert. Sieht zwar ein bisschen komisch aus, aber jetzt klar, weil es hell ist. Ja, warte, ich... Mit Steuerkreuz links kannst du einschalten. Hier, so, jetzt habe ich das Ding auch auf. Es sieht ein bisschen komisch aus, ne? Ja, macht gar nichts. Hier kann man es dann... Okay, ja, das ist diese Grün-Sicht, ne? Ja, ja, klar. Wenn man so kennt. Ja, ich lasse es mal auf, dann brauche ich es nachher nicht wieder. Ich darf es aber halt bloß nicht vergessen, einzumachen, wenn eine Horde kommt. Ja, so, äh, wie ging dir das nochmal ein? Ja. Tüdelü, tüdelü, ich bin schon wieder am Steinerhund, obwohl ich eigentlich, äh... Aber ich sehe gerade, man kann mit... Ja, irgendwie kann man mit hoch und runter im Inventar umschalten. Also mit Digi-Pad. Letzt verwendete... Sehe ich nicht gerade. Sind gerade so... Also mit Digi-Pad, ne? Hoch und runter. Das sind die zwei zuletzt verwendeten Objekte. Man kann sich da hin und her schalten. Interessant. So, also ich werde jetzt, äh, marschieren gehen. Gehst du marschieren? Wo marschierst du denn hin? Ich, äh, such Nester. Ich brauche nur noch Pfeile. Mach du es mal aus weiter. Ich marschiere mal irgendwo hin. Alter, mir ist, ähm... Ein Stück Felsen hängt in der Luft. Warum kommt das denn runter? Normalerweise kommt das runter. Guck. 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 Das... Mir ist schon gerade irgendwie alles auf den Kopf gefallen. Von dem scheiß Felsen. Tat weh. Ich kann wetten, wenn der Rest abgebaut ist, dann fällt das Stück wahrscheinlich auch runter. Das kann ich auch nicht abbauen, das eine Stück. Ganz kurio. Hm. Komisch. Ne Sunblocker. Ähm, warte mal, wie kann ich denn... War es jetzt nur noch Sunblocker? Mahaha. Ja, zogen die Apokalypse Sunblocker. Jawoll. Wie kann ich denn das... Ganz wichtig. Ja, was denn? Erzähl. Ich will das scrappen. Ne, dann mach doch. Geht nicht. Weil? Nehmen. Felsen sind immer noch da. Bei normalerweise kannst du doch den Scheiß hier äh 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 auseinander nehmen. Was ist denn nur los hier? Toll, jetzt habe ich den Felsen umsonst abgebaut. Weil der eine ist immer noch da. Ach, das war doch ganz anders. Ich müsste das doch mit Dreiecken... Hau, so war das. Ach so. Ja, stimmt. Was? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Holzknipp. Eisen verstärkter Knippel. Jetzt kann ich mal... Warte mal, du hattest doch irgendwas mit verstärken. Warte mal, irgendwas. Unterlegen. Zerlegen. Du hast aber die andere Tür vergessen. Ja, musst du aber noch machen. Hast doch genug Eisen. Ach, das kann man nur einmal, ne? Sehe ich gerade. Hm. So, weiter geht's auf die Nest-Suche. Wir brauchen... Ah ja. Ne, wir brauchen... Alter, die Fenster kannst du dreimal verstärken. Ich weiß. Aber ich wollte halt das ganze Eisen nicht alles aufbrauchen, weißt du? Hab noch genug. Oh, vielleicht soll ich da mal hinrennen. Ich bin da mal. Ja, nicht, dass du immer wieder wegstirbst. Hm. Du weißt ja, was da abgeht, ne? Und wir brauchen sowieso mal einen Fluss. Wegen? Mal Wasser auffüllen, dass wir was zu ertrinken haben. Ach so. Da hinten geht er runter. Ich sieh's gar nicht. Ach du, ich hol mir ein neues Eisen. Böra, bin ja schon fast dort. So. Ach nein. Böra, wird mir wieder nicht mehr angezeigt. Ach, was ist denn das für eine Kacke hier? Ja, es wird immer nur eine bestimmte Zeit angezeigt. Und sobald das Ding unten ist, musst du halt so ungefähr in die Richtung rennen, ne? Das ist halt ein bisschen bescheiden. Ja, wie gesagt, ich hab das ja die ganze Zeit auf PC und es ist schon sehr, sehr anders als PC. Ja, aber das Prinzip und das Overlay und so ist ja alles gleich. Nur auf der Konsole ist es halt übelst am Rumbacken und Rumglitschen, ne? Nicht so toll. Traurig, traurig. Ich hoffe jetzt, dass ich in die richtige Richtung noch laufe. Ähm, du musst Richtung Nord-Ost, Nord-Nord-Ost. Also da, die Richtung kam es zumindest runter. Vom Haus aus. Okay. Ja, Nord-Nord-Ost wird auch... Ja, das ist zwischen Nord-Ost und Ost. Das ist Nord-Nord-Ost. Das ist zwischen Nord-Nord-Ost? Zwischen Nord-Ost und Ost ist Nord-Nord-Ost. Nord-Ost-Ost? Wer hat Dord-Ost? Ich hab Dord-Ost, ja. Ich hab sehr viel Dord. Was? Die schlagen so, dann sag's, komm her, ich hab'n Knüppel in der Hand. Knüppel? Ja. Die Tussi stöhnt andauernd, ist das normal? Jupp. Wie, Jupp? Was? Ich bin nur am Steine kloppen. Du bist vielleicht gerade geschafft, deine... Ah, ich hab's wieder auf dem Radar. Bin immer geschafft. Ich hab's wieder auf dem Kompass, ich hab's wieder auf dem Kompass. War's richtig? Wie Richtung? Nord-Ost. Sag ich doch. Nein, du hast gesagt Nord-Nord-Ost. Ja, das ist doch zwischen Nord-Ost und Ost. Nein. Du hast gesagt, du hast gesagt Nord-Ost, zwischen Nord-Ost, Ost, du hast Durst und irgendwelche Scheiß. Ich hab gesagt, zwischen Nord-Ost und Ost ist Nord-Nord-Ost. Okay, was haben wir denn drin? Ich kann eine SMG bauen. Ja, rein. Na, wie denn? Na, bau. Los, bau jetzt. Bau jetzt. Bau jetzt. So, was nehmen wir mal mit? Was haben wir denn hier? Ein AK-47-Schaft. Raketen-Darfer-Schaft. Wir können endlich Feuer machen. Ich habe Feuer gemacht. Mhm. Nein, Lagerfeuer haben wir ja schon. Ja, aber wir können jetzt was drin braten, das meine ich. Ach so. Denk ich mal. Hast du diese Halterung oder was? Oder was? Du brauchst auch die Halterung, um da was braten zu können. Haha, was ist denn los mit dir? Hat sich gerade so fürcht? Ne, ich hab gerade ein Schluck auf. Den müsst ihr, den halbe ich mal weg. Ciao. Ja, habe Angst. Das halbe ich auch mal weg. Obwohl wir es gut gebrauchen können später. Das ist mal ein Vorschlaghammer für mich. Vielleicht gehe ich jetzt dann ein bisschen schneller mit den Steinen kloppen. So, was haben wir denn hier? Eine Wiese, eine Wiese, eine Wiese, eine Wiese, eine Wiese, eine Wiese, eine Wiese. Und ich habe immer noch keine Federn. Ich habe immer noch keine. Ach, doch, ich habe schon ein paar Federn. Ich muss doch irgendwann mal Federn finden. Ich habe ja andauernd welche gefunden und du findest nicht eine. Ne, ich bin ja jetzt auch hingerannt. Das ist keine Ausrede. Doch. Nein. Doch. Das ist keine Ausrede. Doch. Ist ja auch keine Ausrede. Ist einfach Fakt. Stimmt, das ist keine Ausrede. Nein. Hast du gerade gesagt, das ist keine Ausrede. Ist es auch nicht. Das ist was anderes. Was denn? Was anderes. Aha. Und tappt. Bei was? Puh, mit dem Bilderraum. Äh, ja. Tick, tack, tick, tack, tick, tack. Tick, tack? Tick, tack. Und du los? Ja, ihr könnt ruhig mal ein bisschen schneller hier draufkloppen auf den Felsen, ne? Naja, es geht umso besser, umso öfters du da Axt machst, umso besser wird deine Axt. Huch. Es geht mir um die Schnelligkeit. Ja, das ist ja scheißegal, wie schnell du drauf haust, wenn du den Stein schneller wegkriegst. Warum ich das jetzt so schnell gesagt hab, keine Ahnung. Ja, ich weiß es auch. So, wie viele Fälle kann ich den Gips wieder machen? Und zwar 101. Okay, fertig mal. Ich hab schon mal die ganze Scheiße hier raus. Oh, da wird's gemacht. Ups. Boah, jetzt hab ich umdrehen. Das hab ich jetzt nicht vorgehabt. Nett. Jetzt hab ich aus Versehen eins übers Fenster ausgebaut, was ich aber nicht vorhatte. War jetzt unbeabsichtigt. Oh nein, er wird uns alle umbringen. Ja. Ja. Hab mich das gerade... ...gekotzt. Ich hab dich das nicht vorhört. Ich hab dich wieder gelagter. Warte wieder gelagter. Wo ist denn mein Filsen? Der? Der sieht sehr verkrüppelt aus, sonst ist das meine. Am Tag ist es schön, hier rumzuschlendern. Ja, tagsüber geht's. Aber soweit's... ...so 22, 23 Uhr ist Feierabend, ne? Achso, 22 Uhr geht's los. Apropos. Wollte ich dir noch mal so gesagt haben. Ja, sag ich ja. Da spielt ein Felsen in der Luft. Der ist ein Felsen in der Luft. Der eine, der hängt immer noch da oben, Alter. Der Felsen, ich geh krachen, ey. Das gibt's doch nicht. Aber dieses Gelegge, ey. Wiesel. Wiesel, Wiesel. Wiesel. Was für ein Wiesel? Wiesel, Wiesel. Wiesel, Wiesel, Wiesel. Was willst du mit einem Wiesel? Wiesel, 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 Wiesel. Wiesel, 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 Wiesel. Ich seh nur Wiesel und noch Bäume. Vielleicht noch ein Gebüsch oder ein Schlöss. Das seh ich nicht. Wiesel, 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 Wiesel. Wiesel, 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 Wiesel. Oh, ein Zombie. Komm zu mir. Ich will mal. Das war ein Stück. Zombie. Der wird dich wohl nicht lieben. Komm mal hier. Komm. Na, komm. Komm mal hier. Komm. Und hab. Scheiße, verbraucht halt Ausdauer. Wie blöde, ne? Hier das Kloppen. Nägel. Ich habe Nägel. Ich habe Nägel, Nägel, Nägel. Na genug. Was bringen dir die Nägel? Mal so gefragt. Heute nix mehr. Denn wir sind schon wieder über der Zeit, meine lieben Freunde. Sind wir das? Was bringen dir die Nägel morgen? Könnten wir bitte ganz schnell beenden und ganz schnell wieder anfangen, weil da unten steht ein Bär. Ja, dann mach. Ach so, ich freue ja dran. Ja, meine lieben Freunde, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn ich dann wieder zurücklaufe. Und dann müssten wir eigentlich auch die Zombie-Horde. Nächte ich gar nicht. Ja, wir müssen mal schauen. Okay, gut, dann würde ich sagen, tschüss. Tschüss.